ich habe gerade gelesen von adolf mit ph adolf freiherr knigge über den umgang mit menschen ein uraltes nämlich 230 jahre altes top aktuelles buch die pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten und also der umgang mit unserer eigenen person gewiss weder der unnützeste noch uninteressanteste ja es vielleicht der erste coach den es gab ein wort das ist damals sicherlich noch nicht gab zumindest nicht in dem zusammenhang es ist daher nicht zu verzeihen wenn man sich immer unter anderen menschen umhertreibt über den umgang mit menschen seine eigene gesellschaft vernachlässigt gleichsam vor sich selber zu fliehen scheint sein eigenes ich nicht kultiviert und sich doch stets um fremde händel bekümmert gereizt hat mich das ja die sprache ich habe mich selber dirigiert ich habe mir selber so bögen vorgegeben weiter zu sprechen und der satz geht dann weiter dann kommt ein semikolon und dann die spannung oben zu halten oben sein der gedanke ist noch nicht zu ende es geht noch weiter und dann sagt die spannung ab und dabei habe ich mich selbst so dirigiert und das waren waren sehr spannende vorgang also das unterschied sich schon sehr stark von anderen büchern die ich eingelesen habe knigge war geradezu visionär der rotiert glaube ich im grabe wenn der heutige politiker erleben würde bei dem man fast das gefühl hat die sind des deutschen oder sollte ich besser sagen des amerikanischen nicht wirklich mächtig und die deren medium und mitteilungsmittel bessere sms ist nämlich twitter unerträglich hingegen ist die lage wenn man es mit einem stockfische zu tun hat der sich für einen halbgott hält mit einem eiteln eigensinnigen misstrauischen pinsel mit einem verzogenen verzertelten vornehmen schöps der länder und völker zu regieren hat und alles selbst regieren will die besten fürsten sind nicht selten die von denen am wenigsten geredet wird sowohl im guten als im bösen wie nehme ich mich bei tisch und und die ellenbogen müssen irgendwie beim schneiden eines filets irgendwie am körper sein und so weiter das sind dingen um diesen wirklich nicht geht damit räumt er eigentlich auf den ersten seiten aufs nach dem motto darum geht es alles nicht aber es ist spannend dass das hängen geblieben ist und also wer wirklich spaß daran hat sich mit dem mit dem echten mit dem authentischen mit dem wirklichen knigge mal zu beschäftigen dem sei dieses hörbuch empfohlen adolf freiherr knigge über den umgang mit menschen gelesen von christoph maria herbst